Keine Ahnung wie das geht. Ich erkläre es dir schnell. 5 units with less AP players attempt to deal the most damage to the boss. Ich würde sagen damage, oder? Achso, jeder muss warten. Easy. Was heißt ein zweimal? Das ist schlecht. Ich hab keine Ahnung was die zwei bedeuten. Replace Alter, ist sowas. So ähm, du siehst hier die Pfeile? Ja. Das ist der Weg, wo die Monster langlaufen. Das heißt, siehst du meine Punkte die ich mache? Ja. Die müssen erst dahin, dann müssen die dahin. Ja ja, hoch, runter. Genau. Du baust pro Runde kannst du ähm, random game bauen. Okay. Und von dem kannst du die einen aussuchen den du behältst. Soll ich auch 5 bauen, oder? Ja du musst, also ich würde immer 5 bauen. So kannst du dir einen aussuchen den du behältst. Das kannst du jede Runde machen. Machen die Farben irgendwas aus, ja? Ja, ja. Also später kannst du auch, zum Beispiel wenn du jetzt zwei gleiche hast, kannst du die gleich fusionieren. Gedeicht darum, dass du jetzt ähm, bestimmte Diamanten zusammen bekommst, um daraus irgendwelche Special Tower zu machen. Hm. Hm. Wie bei ähm, Onslaught. Ja, genau. Du kannst auf deine ähm, bisher Upgrade Game Changes. Da kannst du die du baust, dass die gleich in höherer Qualität bauen. Wo ist das? Achso. Bilder gleich. Bilder qualitliche Gems. Weil wenn, wenn du jetzt welche Baust siehst, ja du hast 100% auf die, auf die ganz schwachen. Fast, haste, fast, Multi-Unfrozen. Boah, du hast doch jetzt schon zweimal den Chippet Aquamarine. Klick mal auf den, dann kannst du den gleich fusionieren. Wenn du zwei gleiche hast, wird daraus der gleiche aus der höheren Stufe. Ähm. Deine Top-Hasse müsste jetzt eigentlich auch zusammen fusionieren können. Meine Top-Hasse? Was meinst du mit Top- Achso. Und wie fusionierst du das außerhalb der Runden? Vielleicht geht das gar nicht. Ich muss mal anklicken und dann müsste alles um Teil zu werden. Aber kann gut sein, dass das in den, in den Runden nicht geht. Du klick jetzt mal einen an. Star-Target, ja. Hm. Eigentlich müsste jetzt unten irgendwie so ein Menü sein so zusammen fusionieren können. Combined Games. Genau, Combined Games. Ah, das geht scheinbar nur... Das muss ich machen, bevor ich sage, dass ich den behalte. Hm. Äh, was ist denn hier mit diesen blöden Felsen? Kriegt man die noch weg? Ja, kannst du... kannst du remove'n. Warum hast du nur so viele Games? Ich hab drei. Ja, ich muss ja immer eins raus suchen. Ich hab noch nichts gemacht. Ach, und dann geht die Gründe erst los. Ja. Du kannst... Nee, das muss man machen, bevor man in den Turm sitzt. Boah. Oh, ich hab's auf dem Weg gebaut. Ich hab einen Stein auf dem Weg gebaut. Oh Gott. Ich hoffe, er wird außen rum. Ich hoffe, er ist ab der Stelle und nicht ab Anfang an irgendwo. Ob Bewegungsgeräusche... Kriegen wir eh. Verwinterstatt. Hm. Ach so, ich kann an der Stelle, wo so'n Dings liegt auch sagen, dass dann wieder neue random Games haben. Genau. Wenn deine Maze fertig ist. Splash. Oh, ich hab ja Geld bekommen. Haben. Game Chance must be max out to use lucky chance. Hast du einmal gathered? Jetzt. ja links oben was du brauchst herzustellen das t ich bin da umwärts der German Kieger der Fallspiel der Schuss 2 aber als die Stufe 1 freundlich position zu machen als er ab da umgräten Was ist da irgendwo eine Option hier für den Ingame-Sound? Das kann auch nicht nur Gesamt-Lautstärke sein. Kannst Musik? Ne, Musik ist aus. Unten, Hebungsgeräusche. Nutzer-Baufläche gibt's doch alles. Ich meine, nur die Effekte. Die wollte ich leiser machen. Ist das der da? Standard Sound-Effekt mehr an das Spiels. Ja, ich glaube. Wollte ich dir nicht sagen. So. So, jetzt könnte ich zum Beispiel... Obwohl, dann nehme ich lieber gleich den Level 2, wenn ich den... Anstatt eine Level 1er zu machen. So, was will Johannes? Musst uns da nur in die Gelder einladen. Was soll? Gut, der gibt's da einen. Wie du baust, ist es so ganz wichtig. Wenn ich jetzt... Level 2er, Downbraider hab ich ein Level 1er, ja. Wenn du ein Level 2er hast, ja. Okay, aber zum Beispiel, ich hab drei Gabs und konnte mir den Bloody Ruby zusammenbasteln. Upgrade durchgeführt. Ich brauch doch Geld eigentlich gar nicht, oder? Ja, nur für die Upgrades. Scheiße, welche sind jetzt neu? Ach, die doch vibrieren. Du kannst doch leider leuchten doch, du kannst hier doch bestimmt zusammen fusionieren. Das sind die neue, die du gebaut hast. Downgrade und keep this game. So, das nutzt mir ja nichts. Kacke. Ich wollte eigentlich den Level 2er downgraden. Ich wollte eigentlich den Level 2er downgraden. Um dann 3 Level 1er zu... ...einen 3er zu machen. Na, das ging irgendwie nicht. Nicht. Ja, aber... ...was ja jetzt sieht das... ...baust unklug, könnte man sagen. Ja, klar. Weil du kannst das hier ausnutzen, dass die da hin müssen. Ja, ja, klar. So, warum kann ich jetzt nicht mal ein Ground 2 und dem anderen Ground 2 kombinieren? Keine Ahnung. Bei denen kannst du die neuen, die du gebaut hast, die kannst du gleich kombinieren. Alte nicht, oder was? Glaube nicht. Hä, was habe ich dann von alten? Ja, doch gar nichts. Doch, du kannst mit den alten dann die Spezialkombination machen, wenn du irgendwann... ...alles davor hast. Weißt doch, ich... ... auch nicht ganz genau, wie alles funktioniert. ... ... ... Ach genau, und später die... ...special Tower kosten auch für uns. Außerdem, so blöd habe ich gar nicht gebaut. Ich habe zwei Slow-Türme vorne und Splash direkt in der Mitte und dann die Speed- und Fast-Türme direkt rum. Aber trotzdem, die kommen da... ...die laufen da hin und dann da und dann sind die schon vorbei, weißt du? Naja, aber sie kommen ja gar nicht so weit, weil sie vorher sterben. Ja, jetzt, 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 doch, klar. Ich dachte halt, dass ich auch... ...in der Dings-Donne sein muss. Jetzt habe ich schon wieder einen Slow- und noch einen Slow- und ich kann trotzdem nicht. Toll. Jetzt habe ich einen Downgrade gemacht. Haha. Hä? Irgendwas hat er jetzt gemacht, ich verstehe es noch nicht. Was hat er gemacht? Ich hatte einen Level 1er... ...und einen Level 2er und ich habe beim 2er einen Downgrade gemacht. Dann habt ihr wahrscheinlich kombiniert. Ja, aber... ...nicht ausgewählt, das hat er dann von uns selber gemacht, wenn dann. Okay. Okay. Einer kommt durch. Du, 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 du... Okay. Du, 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 du... Eins Entry kommt durch. So, jetzt habe ich zwei Level 2er Ground-Dinger. Ne, Flood und Diamond. Ne, zwei verschiedene. Da lohnt sich jetzt keinen Downgrade. Ne, da sollte ich den großen dann nehmen, ja? Ja, klar. Du könntest dann downgraden und die beiden kombinieren. Jetzt wieder zwei mal die gleichen. Jetzt sind ja die gleichen, wenn du gleich den links bist. Also statt dem Level 4er hätte ich dann zwei 3er zu einem 4er gemacht. Genau. Also wirklich, hätte ich das jetzt gesehen. Ich krieg nichts mehr down. Das letzte runter ging noch alles leicht down und jetzt ganz knapp nur hoch. Ja. Doch, deswegen, bei mir, müssen erst einmal reichen. Ach, scheiße, das. Ich hab ja auch gar... Das war ja auch ein Ground-Turm. Hab mich schon gewundert, warum der nicht. Und als hast du immer noch keine Kombination zusammen hast. Ich verstehe es auch nicht. Die leuchten dann so komisch. Also eigentlich ist das nicht zu übersehen. Hm. Ich glaube, das ist ein Diamant. Achso. Die müssen dann... ...dazu auch immer mit einer Reichheit sein. Ja, wenn du auf einen draufklickst, siehst du oben links. Kombinationsmöglichkeiten. Einen perfekten Diamant brauche ich. Aha. Alter! Das ist ein großer. ... ... ... Ja meistens, ja eigentlich schon. Definitiv. Die haben auch meistens immer noch welche Bonusfähigkeiten. Shipt immer Red. Achso. Nee, doch nicht. Tja, welchen nehme ich davon? Da ist ein... Das Arm auf Nebel Grontin ist ein Kass im Storm. Was brauche ich denn eigentlich? Ein Emerald. Achso, und jetzt laufen sie dann erst rein oder was? Bei mir, ja. Und dann müssen wir wieder raus. Achso, ich wusste nicht, dass das geht. Ja, ihr müsst halt immer erst zum Checkpoint da rein. Das ist natürlich mies. Ach scheiße, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Okay, ich hätte eh nicht Sonnener gehen. Oh, die sind fast tot, verdammt. Beide nur noch ein Müh. Aber irgendwie kriege ich auch keine Kombination hin. Error. Schipt immer halt Floor, Diamond, Floor, Diamond. Den vor sinniere ich jetzt mal. Diamond. Schipt, Diamond. Scheiße, das sind so gute. Ich hab den Schwank noch gebraucht. Oh, ich hab echt eh's nicht. Jetzt habe ich natürlich... Oh, das ist so dumm. Ein Ground Turm gebaut, wo jetzt ne R-Runde kommt. Oh, sieht düste aus. Ich glaube er gereicht. Jetzt. Wir müssen... Weil man irgendwann... Aber irgendwann muss sich doch mal irgendwas fusionieren lassen. Kann einer sein. Und dann müssen sie bei dir wieder raus und blocken sich wieder, oder was? Ja, dann müssen sie wieder raus und blocken sich wieder. Dann muss er erst mal rein, rein und raus, oder dann musst du noch zum Zweiten kommen. Nee, blocken tun sie sich nicht. Aber so haben halt meine Typen viel länger Zeit, die tot zu machen. Ich glaube, das wird mein Ende sein. Na gut, nicht ganz, aber es kommt wieder was durch. Ja, da hat er halt ein bisschen Pech mit dem Turm. Und halt mit der Mace, das habe ich nicht verstanden, mit den Steinen. Ja, aber jetzt hast du es ja. Vielleicht kannst du es noch retten. Vielleicht hast du ja Glück und wirks halt eine Ultra-Kombination zusammen. 2 Poison. 2 Poison. 1 Poison. Trotzdem ist so der Kürz oder Weg, das heißt nicht. Das sieht doch schon mal deutlich besser aus. Nur zwei, drei Steine besitzt, ja. Hm. Ein Pahl. Ihr benötigt mehr Vespingas. So, was habe ich denn da? Hast? Das ist ein Opal. Äh, wenn nur ein kleiner... Dann nehme ich den doch. Jetzt laufen sie bestimmt hier unten durch. Was vielleicht gar nicht so eine schlaue Idee war. Wir laufen trotzdem lang. Warum? Ich nehme eigentlich immer den besten, kürzeren Weg. Ja, der kürzer ist da unten eigentlich. Ja, eigentlich schon. Hier lang, wo mein Vieh ist. Ja, ja. Und vor allem, wenn sie da lang gegangen wären, werden sie wahrscheinlich auch ein paar Türmen ausgewichen. Na, wo ist ein Bot so schlau sind die nicht? Ja, aber gerade weil die nicht so schlau sind, gehen sie doch eigentlich den Karlsüsten weg, glaube ich. Stimmt. Oh, ein Meter wird's ganz aber auch schwer. Ja, geile paar Kack-Kombinationen. Doch, so einen brauche ich. Ja, Mann. Ich kann was bauen. Ein Jade. Ach, kacke. Jetzt für die zweite Runde ist das doof. Weil dann weichen wir anderen Türmen aus. Ja, dann körst du uns richtig ab. Scheiße. Wieder drei Leben weg. Und... Scheiße, ich habe nur noch drei Leben. Nein. Das ist doch acht Leben. Achso. Drei sind live. Drei sind fünf. Ja, ne. Ich habe bei Live geguckt. Das Sound leckt. So. Oh. Oh nein. Er aus. 30, 30, 30, 10. Boah, die hörten aus. Die sieht übel aus. Aber die sind hardcore gestoppt bei dir. 20, 30, 30. Floor ist besser schrittfähiger. 12, 30, 30. Floor ist besser schrittfähiger. 20, 30, 30.. Ach kacke. Ich hätte. Um den Ding herum wir aber noch machen müssen. Ihr benötigt mehr Vespingas. Es hat die Vespingas. zu tun jetzt schon der Schraube können auch noch was weiß wie es geht Ja. Hab ich jetzt auch nicht mal lang durchgehalten. Ja, schon Runde 26. Mein Problem zum Schluss war, dass ich... Das scheiße gebaut einfach. Ja.